Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 65 Cent, wieder ein wenig gestiegen hier. Wir sind 2-3% hier im grünen Bereich, der ganze Markt ist auch wieder deutlich grün. Allen voran REN mit 23% und Bitcoin ist ordentlich gestiegen, denn da sind wir schon bei über 71.000. Also der ganze Markt hat darauf eben wieder positiv reagiert. Und wir haben einige spannende News und zwar am Anfang hier von Living Legacy. Und er schreibt hier über JP Morgan, denn JP Morgan hat jetzt ganz offen hier in einem White Paper bzw. in einem Dokument von ihnen über XRP gesprochen. Und sie zeigen sogar, wie sie den Automated Market Maker am Ende nutzen wollen. Also ich glaube, offener wird es heute nicht mehr, dass einfach Firmen mittlerweile ganz offen ansprechen. Sie haben hier das Thema CBDC, also Central Bank Digital Currency. Sie nutzen dafür XRP, sie nutzen dafür Ripple und sie nutzen dafür den Automated Market Maker. Also ja, wie weit und wie offensichtlich wollen die Leute es noch haben? Ich weiß auch nicht mehr, was man da noch sagen kann, außer ziemlich, ziemlich verrückt, dass das Ganze hier einfach auch als kleine Grafik schon mal aufgeschlüsselt ist. Bank of Thailand, Bank of Indonesia. Wir haben hier Bank A, dann haben wir hier verschiedene andere Banken und hier dann Bank F in dem Fall. Und dazwischen die Liquiditätsprovider. Das können mittlerweile Einzelpersonen sein, Institutionen, Ripple selbst. Jeder, der irgendwie Lust hat, die Liquidity da beizustellen. Und ja, das Ganze geht halt eben hier über den Automated Market Maker. Und dafür braucht man einfach zwingenderweise eine Blockchain. Und welche Blockchain eignet sich da besser als XRP, als Ripple, als mit der Firma Ripple zusammenzuarbeiten, weil das Ganze einfach hier super, super offensichtlich ist. JP Morgan generell schon immer mit Ripple da am Start gewesen. Und jetzt sprechen sie kurz nach dem Launch von dem Automated Market Maker auch über den Automated Market Maker. Ja, natürlich alles nur Zufälle wieder hier. Zufall, Zufall. Und damit der Automated Market Maker auch in Zukunft passend laufen kann, ist ja das ganze Thema fix hier auch schon angesprochen worden. Und zwar Inner Object Template. Und dieses Inner Object Template ist jetzt bereits auf Ja gevotet worden. Also durchgewunken. Am 8. April wird das Ganze live gehen. Und hier haben wir einmal die Ja-Stimmen. Also 29, 6 Nein-Stimmen. Aber das ist eigentlich ziemlich egal. Ungefähr 200 Nodes sind nicht mehr auf dieser Version. Also der Version 2.1. Und deswegen würden diese Nodes dann danach auch abgeschaltet werden. Das muss man ganz keinem Hinterkopf behalten. Aber die gute Nachricht ist, die haben ja jetzt noch mehr als genug Zeit. Sie haben jetzt zwei Wochen Zeit bis zum 8. April noch. Und können bis dahin ordentlich Upgrades fahren. Und ich denke einfach, bis dahin sollten auch mal locker 100 bis 150 von den Nodes auf die neueste Version upgraden können. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber trotzdem ist das ein kleiner Anreiz. Und nochmal eben sehr wichtig, dass wir jetzt den Automated Market Maker komplett ohne Fehler auf dem XRP Ledger haben. Das war eher so ein Nebenthema mit dem Inner Object Template. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass das jetzt gefixt wird. Parallel dazu gab es ja generell ein bisschen Kontroverse rund um den Automated Market Maker. Und der Detective schreibt hier nochmal dazu, dass gestern auch ein Space von Ripple, in dem über XRP und spezifisch eben über den Automated Market Maker gesprochen wurde. Und dann sagt er hier, und im ganzen Space, in den ganzen 40 Minuten ging es nur ungefähr 30 Sekunden hier um den aktuellen Fehler quasi. Keine Fragen erlaubt. Alles war geskriptet. Warum bin ich nicht überrascht darüber? Sagt er dann hier. Und auf der einen Seite ist eh die Frage, warum der gute Detective so vehement einfach bei XRP dabei ist. Also er verfolgt ja wirklich alles. Der recherchiert gefühlt den ganzen Tag mehr als ich. Und ich meine, ich sitze hier schon immer Stunden dran und schaue mir die ganzen Sachen an. Aber der ist ja wirklich crazy crazy im Thema und weiß alles. Ist in jedem Space irgendwie und so weiter. Also der Junge ist entweder Hardcore-XRP-Fan oder ich weiß nicht, hat einfach vielleicht wenig anderes zu tun. Vielleicht, I don't know. Aber unabhängig jetzt davon, natürlich muss man in solchen Ripple-Spaces davon ausgehen, dass das Ganze geskriptet ist. Einfach, weil es von der Zeit her immer hinkommen muss. Natürlich wäre es wünschenswert und ist auch in Zukunft wahrscheinlich wünschenswert, wenn einfach nochmal auf solche Themen eingegangen wird. Aber gerade solche kleineren Bugs und Fehler, die jetzt nicht irgendwie extrem ins Gewicht fallen, da sollte man jetzt auch nicht großartig 10 Minuten das erklären, was da genau ist und so weiter. Wenn das Thema gefixt ist, dann ist das ja gut. Dann bin ich damit fein. Und dann sollten wir uns eben auf positivere Dinge hier konzentrieren und nicht darüber, was wir mal für einen Fehler hatten vor drei Monaten. Aktuell war es nämlich auch so, dass ein paar Transaktionen nicht durchgelaufen sind. Also irgendwie die Transaktionen quasi blockiert wurden. Einfach auch teilweise wegen dem UI, also wegen der Nutzeroberfläche. Und deswegen haben da gerade einige Leute ein paar Probleme. Manche Statistiken werden nicht richtig angezeigt und so weiter. Das sind alles definitiv noch Kinderkrankheiten, die aber 100% gefixt werden müssen. Da sind wir uns alle einig. Aber ich denke trotzdem, so wie Daniel hier sagt, aktuell sollte man eben ein bisschen warten und eben mal eine Runde chillen, sage ich mal. Ich habe das ja auch schon vorher mal angesprochen. Seid bitte nicht die Ersten, die ihr Geld da reinwerfen, weil einfach das Ganze noch ein bisschen ungewiss ist. Auf lange Sicht wird der Automated Market Maker echt sehr, sehr cool sein. Und wenn man eh XRP hat und sagt, hey, ich möchte die Staken, ich möchte ein bisschen Passive Income quasi hier mit erwirtschaften, dann ist das auch vollkommen fein. Und das denke ich, ist auch ein guter Ansatz. Aber man muss nicht immer der Erste sein, der irgendwie so ein neues Feature hier irgendwie nutzt oder sowas. Von daher habe ich auch schon in den Kommentaren ein paar Leute gesehen. Ich glaube auch der gute Peter hatte mir dazu auch geschrieben. Grüße an dich, mein Freund. Und ja, da haben entsprechend einige Leute gesagt, hey, ich warte aktuell noch lieber ein bisschen. Klar, man kann mal mit ein bisschen Spielgeld, sage ich mal, da reingehen. Aber alles andere wird dann halt eben sich eher mittelfristig ergeben. Und das denke ich definitiv auch. Also ich rate euch, gerade mal ein bisschen die Füße stillhalten. Einfach mal beobachten die nächsten ein, zwei, drei Tage, was da noch so auf uns zukommt. Und wenn dann alle Leute sagen, hey, jetzt funktioniert es super, dann kann man da eben mit dabei sein. Aber genug vom Thema Automated Market Maker. Es geht weiter und zwar zu dem Dokument, was ich ja angekündigt hatte, was jetzt auch revealed werden wird. Also wir hatten gestern den 25.03. und amerikanische Zeit spät nachmittags wurde entsprechend dann auch das neue Dokument enthüllt. Das sehen wir hier einmal. Und tatsächlich sehen wir da jetzt nicht so viele neue oder unerwartete Wendungen. Das ist ja eigentlich ganz, ganz logisch, dass da jetzt nicht nochmal nach drei Jahren oder so ein neues Argument aus dem Schrank geholt wird, wo man sagt, oh, dass wir daran noch nicht gedacht haben, das war jetzt alles eher zu erwarten. Aber man muss auch hervorheben, und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass natürlich auch XRP weiterhin von Ripple in 2023 verkauft wurden. Also durch 2023 quasi durch die Bank weg. Also permanent durch 2023 hindurch wurde XRP verkauft. Und das können wir bestätigen. Und das sollte auch eigentlich für euch keine große Neuheit irgendwie sein, denn ich habe diese Statistiken auch schon vor Wochen mal vorgelegt. Da ging es darum, wie viel XRP von Ripple gekauft wurden und verkauft wurden. Und gerade auch im Quartal 4 letzten Jahres haben sie, glaube ich, damit aufgehört. Und bis jetzt haben sie, glaube ich, keine weiteren XRP verkauft, so wie wir das damals aus der Statistik rauslesen konnten. Das heißt, ja, logischerweise ist der Verkauf von XRP ein Teil des Revenues von Ripple in der Form. Aber sie kaufen ja auch eben XRP nach. Deswegen sollte jetzt keinen schocken, dass Ripple XRP kauft und verkauft. Ist eigentlich nach wie vor das gleiche Thema, wie immer schon. Wer nochmal tiefer einsteigen möchte in das ganze Dokument, der findet hier vom guten Thread einen 10-Tweet langen Thread über das ganze Thema. Und eigentlich verhält die SEC sich genauso, wie von uns vorhergesagt, beziehungsweise von uns so predicted. Ja, weil da einfach jetzt nichts großartig Neues kam. Es werden einfach die nächsten Daten noch folgen. Ich glaube, jetzt Mitte April ist so das nächste große Thema. Und ja, wir hoffen natürlich alle, dass Mitte April das Ganze zu einem Abschluss kommt. Endlich, endlich, endlich. Dann geht es weiter und zwar von Reuters. Da posten sie über Swift. Und Swift hat jetzt ganz offen auch mal wieder angekündigt, sie wollen eine Central Bank Digital Currency, also CBDC-Plattform, innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate launchen. Und mit launchen meinen sie tatsächlich veröffentlichen. Das heißt also, sie sind da intern A, schon lange dabei. Das ist von langer Hand geplant. Das macht man nicht mal eben so. Gerade Swift als Riesenname und Riesenplayer im Game macht das nicht mal eben so nebenbei. Von daher, ja, sie wissen genau, was kommt. Sie wissen, innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre, würde ich sagen, ist das Thema CBDC unausweichlich. Und bis 2000, ich würde einfach mal sagen, 27 haben wir definitiv so viele digitale Währungen, wie man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen kann. Von daher, das wird jetzt alles sehr, sehr kurz auf knapp folgen. So bin ich mir sehr sicher. Und gerade hier nochmal haben sie es auch in deren Roadmap, beziehungsweise Verbund hier einmal erklärt. Ich sage es euch ehrlich, Jungs, das dauert nicht mehr lange. Dann geht es weiter von The Wrath of Caneman. Und wir haben hier einen neuen Bericht und zwar von PCMI, beziehungsweise das ist halt ein Mastercard-Report. Also das ist von Mastercard selbst herausgegeben. Und da sprechen sie über die Zukunft von Zahlungen und in dem Fall auch eben über Settlements in Lateinamerika. Und das sehen wir hier. Digitalisierung, verschiedene Zahlungskanäle und eben auch die strategische Rolle von Partnerschaften haben sie hier einmal aufgegriffen. Und ich denke, das sind wieder weitere Ansätze und weitere Fäden sozusagen, die sich hier ziehen in dem Bereich. Wir haben hier einmal den ganzen Bericht für die Leute, die da irgendwie nochmal tiefer einsteigen wollen. Aber ja, Mastercard ist auf jeden Fall in dem Bereich auch da. Und logischerweise sprechen sie über Digitalisierung. Sie haben zwar manche Begrifflichkeiten noch nicht so ganz drauf. Also so Tokenisierung könnten sie natürlich noch schön einbringen. Digital, Blockchain, DLT, also Distributed Ledger Technology, all diese Sachen wären sehr, sehr cool. Aber ich glaube, das kommt jetzt Stück für Stück in deren Sprachduktus quasi rein. Dann musste ich ein bisschen lachen und da weiß ich auch noch nicht ganz, was da genau hinter steckt. Nämlich hier von Bitrue. Da hat Stefan Huber hier einmal eine neueste Pressemitteilung von Bitrue gepostet, einer größeren Börse. Und sie haben hier ein paar Coins, die jetzt bald gedelistet werden, aufgeführt. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Es werden neue Coins gelistet. Es werden alte Coins gedelistet. Aber tatsächlich steht hier an vierter Stelle auch Bitcoin. Bitcoin und da bin ich mir nicht ganz sicher, warum man auch gerade zum heutigen Zeitpunkt Bitcoin delisten sollte. Ich denke, da kommt ordentlich Volumen. Also mit auch ordentlich Gebühren für die Börse bei rum. Und ja, was da genau hinter steckt, steht hier zumindest in dem Statement nicht drin. Ich meine, man könnte eigentlich davon ausgehen, dass da ein bisschen mehr Welle rumgemacht wird, wenn die auf einmal Bitcoin delisten. Also der Sinn dahinter erschließt sich mir null. Wenn ihr da vielleicht mehr wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, also BitTru gerade auf einem ganz wilden Weg. Und ich würde mich nur noch mehr wundern, wenn jetzt noch eine andere Börse auch kommt, Bitcoin delisten. Also ich glaube, dann wäre ganz vorbei. Dann weiß ich auch nicht, was da noch abgeht. Dann geht es weiter mit einer Stellenausschreibung bei Ripple. Und ihr wisst ja, anhand von Stellenausschreibungen kann man immer sehr gut abschätzen, in welchen Bereichen Ripple sich weiter verstärken, beziehungsweise weiterentwickeln möchte. Und das sehen wir hier einmal, aktuell ein Senior Manager im Bereich Business Development. Also hier in dem Fall auch DeFi, Decentralized Finance in New York. Gut, New York ist ja deren großes Office, also das ist ja erstmal nebensächlich, aber trotzdem. Also Senior Manager, Business Development, Institutional DeFi. Sie wollen also institutionelle DeFi-Anleger, die in den Kryptomarkt mit reinkommen, in dem Fall hier weiter als Partner gewinnen. Und die Jobbeschreibung hat tatsächlich auch den XRP Ledger hier ganz klein im Fokus. Also sie wollen jemanden anstellen, der neue Leute auf den XRP Ledger holt. Und der Automated Market Maker wird sehr wahrscheinlich da auch eine Rolle mitspielen. Der ist jetzt aber hier nicht nochmal explizit erwähnt worden, sondern der ist einfach nur so ein bisschen implizit quasi dabei. Und weiterhin haben wir hier bei David Schwarz nochmal. AMAs are the weird DeFi-Trick everyone's talking about. Also die Automated Market Maker ist dieser komische DeFi-Trick sozusagen, über den alle sprechen. Und ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie jetzt da in dem Bereich sich weiter ausweiten wollen. Und hier einfach in Institutionen investieren, die auf dem XRP Ledger dabei sind, die den Automated Market Maker nutzen wollen. Also das spricht für mich alles eine ganz, ganz klare Sprache. Dann, sehr interessant, geht es weiter vom guten Elon. Denn er hat hier einmal ein kleines Werbevideo zum Thema Twitter, beziehungsweise mittlerweile X, gepostet. Und ich meine, damals haben ja noch viele Leute das Ganze belächelt. Haben gesagt, ja, okay, Twitter aufkaufen, in X umbenennen, schön und gut, das passt alles soweit. Aber er möchte tatsächlich seine Vision weiter durchziehen und X quasi zu der App verwandeln, die eigentlich alles kombiniert. Das Einzige, was ich ganz klar sagen muss, was mich bei Twitter aktuell echt nervt, ist das Thema Direktnachrichten. Also ich würde niemals über Twitter mit jemandem kommunizieren, sozusagen aus meiner Familie oder meinem Umfeld oder sowas, der jetzt quasi nicht so geschäftlich, beziehungsweise hier jetzt auf dem Kanal quasi so hobbymäßig mit mir schreibt. Denn das finde ich irgendwie so ein bisschen befremdlich. Also über so eine App würde ich niemals quasi persönlichen Kontakt haben wollen, irgendwie so. Und ich glaube, das ist auch sehr schwer, so ein Gefühl zu ändern, so in der Form. Aber alles andere ist dann natürlich top hier auf Twitter. Also definitiv meine liebste Social-Media-Plattform. Nach YouTube natürlich, wisst ihr Bescheid. Und deswegen ist hier definitiv viel Platz mit dabei für neue Features. Und ich denke einfach, Zahlungen werden jetzt sehr, sehr, sehr bald folgen. Kryptozahlung sollte ein nächster großer Schritt sein. Und ich denke, da ist Elon Musk groß hinterher, XRP als Zahlungsmittel einzuführen. Ich bin mir sehr sicher, dass das passiert. Dogecoin ebenfalls, einfach nur für den Spaßfaktor quasi. Diese Spenden werden wahrscheinlich ein größeres Thema werden. Also da ist viel Potenzial drin. Und ich glaube, da wird auch ordentlich Volumen dann auf diese Features kommen. Aber ich glaube eben, diesen privaten Aspekt wird er nicht abfangen können. Aber Kryptozahlung hier in dem Bereich natürlich trotzdem top. Dann geht es noch weiter von Subjective Views. Und hier geht es einmal um den Ripple-Partner OnAfric, damals eben MFS Afrika. Und sie wollen jetzt hier einen 2,7 Trillion Dollar Market angreifen. Sie wollen da jetzt entsprechend richtig durchstarten. Und das finde ich sehr, sehr stark. Gerade Afrika ist ja auch als Region definitiv sehr, sehr, sehr groß und gut. Da ist noch sehr viel unentdecktes Potenzial. Deswegen wollen sie in dem Bereich jetzt in Zukunft weitere Cross-Border-Payments, also grenzübergreifende Zahlungen, sowie auch landesinterne Zahlungen eben enablen, also verfügbar machen. Und das wird hier auch aus meiner Sicht sehr, sehr bald passieren. Ripple ist ja mit dabei. Über den XRP Ledger könnte das Ganze sehr gut laufen. Und so langsam entwickelt sich OnAfric zu einem Player, den wir erst gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, der aber mittlerweile immer relevanter zu werden scheint. Dann geht es weiter von Stock Money Lizards. Und hier haben wir einmal einen aktuellen Bitcoin-Chartverlauf. Und hier könnten wir sehen, wie sich die nächsten Zyklen so ausspielen werden. Denn wir haben in den letzten Malen hier immer ordentliche Prozente gesehen. Also natürlich ganz am Anfang 3.700%, also 7.30x. Dann hatten wir 1.400%, also 14x. Dann beim letzten All-Time-High bzw. Bullrun quasi nur 3x, so vom Bitcoin-Preis her. Und auch dieses Mal wird das wahrscheinlich jetzt nicht beyond everything werden, dass wir jetzt ein 15x sehen werden. Aber ich denke trotzdem, dass wir, wenn wir hier so eine Verdopplung oder vielleicht sogar eine Verdreifachung, wenn es wirklich gut läuft, sehen werden, dann wären wir bei Bitcoin bei 100.000 bis 150.000, vielleicht sogar bei 200.000 und ich glaube, das wäre mehr als genug für jetzt den nächsten Zyklus so in der Form. Klar, langfristig, wer weiß, was da noch passiert. Leute sprechen von Millionen Dollar pro Bitcoin. Ich würde mich freuen, warum nicht, ne? Aber ich denke, das Ganze dauert einfach noch ein wenig. Und von daher erstmal diese 100.000 knacken, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Aber ihr wisst, Leute, das Halving kommt immer näher. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah mittlerweile. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Catherine Torres. Und zwar der gute Mann, der dann hier aufwacht, wird begrüßt. Und es wird gesagt, hey, es ist 2030. Und dann sagt er so, oh ja, wie hoch ist denn gerade Bitcoin? Und dann sagt die Krankenschwester hier, nee, sorry, was ist Bitcoin? Kenn ich nicht. Also deine Rechnung beträgt 17 Dogecoin. Ja, Dogecoin, XRP, Bitcoin, who knows, was in vielleicht 6, 7 Jahren das Zahlungsmittel der Wahl sein wird. Aber auf jeden Fall werden wir dann CBDCs haben. 100 Prozent. 100 Prozent, Leute. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Ciao.